Hier sind sie Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Blackie, jetzt ist aber mal Schluss. Die Sitzung ist eröffnet. Sehr interessant. Was sagtest du gerade, Justus? Ähm, zurück zum Thema. Ja. Also, Kollegen, dieser Fall wird immer verzwickter. Wir haben es mittlerweile mit mehreren Rätseln zu tun. Ja. Erstens, wer hat die Bilder gestohlen? Zweitens, wie sind die Bilder unter das Linoleum in Harrys Küche gekommen, wo man sie gefunden hat? Drittens, weshalb ist Mr. Headley, oder besser Mr. Clock, plötzlich mit unbekanntem Ziel abgereist? Viertens, wer ist dieser Kerl, der uns belauscht hat? Und fünftens, wer ist auf diese komische Idee mit dem Papagei gekommen? Und fünftens, wer hat die Bilder gestohlen?